Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 5. August Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Psalm 103, Verse 15 und 16 Es gab einmal einen Kreis junger Menschen, die waren sehr unzufrieden mit der alten Generation. Darum schlossen sie sich zusammen, um als junge Generation der Welt ihre revolutionierende Meinung kundzutun. Sie veröffentlichten Artikel. Sie verkündeten ihre neuen Gedanken über Kunst und Religion, über Kultur und Philosophie. Und immer hieß es anspruchsvoll, wir Jungen. Bis eines Tages eine große Zeitung einen Aufsatz veröffentlichte. In dem schrieb ein junger Mann, jene Gruppe solle doch aufhören, im Namen der Jungen zu sprechen. Sie seien doch schon recht spießiges Mittelalter. Da ging dem Kreis auf. So schnell geht das, dass auf einmal eine andere Generation da ist und den Anspruch erhebt. Wir sind jetzt die Jungen. So schnell geht das. So schnell geht unser Leben vorbei. Was wollen wir nun mit diesem kurzen Stück Dasein zwischen Geburt und Tod anfangen? In dem österreichischen Diakonissenhaus Gall Neunkirchen steht eine alte Standuhr. Sie trägt die Inschrift. Zeit ist Gnade. Die uns gegebene kurze Zeit ist eine Chance. Die können wir verpassen und unser Leben verderben durch Selbstsucht. Wir können diese Gnade aber auch annehmen und unser Leben schön machen durch Liebe. Durch Liebe, die der Herr Jesus, der ja selbst die fleischgewordene Liebe Gottes ist, ausgießt in unser Herz. Wir sollten zu unserem Erlöser sagen. Herr, hilf uns, dass wir, wenn wir schon nur Feldblumen sind, schöne Blumen werden. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön. Ich kann dir, wenn du das, 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 wenn